Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oh, na, die hätten auch wiederum Schiss vor uns gehabt, weil die hauen ja ab, sonst würden die uns angreifen. Ja, gut. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Okay, Repair geht auf jeden Fall. 58, haben wir auch genug dabei. Transferieren wir etwas. So, das geht schon immer, ist klar. Da haben wir noch so viel. Ich glaube, da können wir mal 100 noch rüberschwenken. Passt schon. Was haben wir sonst noch? Crew? Ach so, stopp. Das hier unten ist die Station, das sind wir. Alles klar, dann die 1000 auch noch weg. Und da können wir dann definitiv noch ein bisschen was zurücknehmen. Also, ach komm, machen wir mal so, das müsste gut sein. Okay. Reaper-Class-Torpedo. Ein einziger. Den verkaufen wir irgendwann mal. Mining-Laser brauchen wir auch nicht. Light-Dual-Auto-Canon. Ja, das ist so eine Standard-Ausrüstung eigentlich, oder? Die behalten wir mal hier. Ich weiß gar nicht, gibt's die hier schon? Sehe ich jetzt nicht so wirklich. Das ist sie. Light-Machine-Gun. Okay. Iron-Canon. Lassen wir mal auch hier. Harpoon-MN, den können wir mal irgendwann verkaufen. Vulkan-Kennen können wir eigentlich auch verkaufen. Die Salamander brauchen wir auch nicht. Light-Dual-Machine-Gun. Die legen wir... Ach, sind das gar keine. Das sind welche, alles klar. Annihil-Lighter. Rocket-Launcher. Oh, die gefallen mir, die sind gut. Da sind sie auch schon welche. Da sind Light-Machine-Gun. Die nehmen wir auch mal. LRPD-Laser. Die haben wir da bestimmt auch schon irgendwo, ne? Genau so da sind sie. Light-Assault-Gun. Die verkaufen wir auch dann irgendwann. Machen wir mal da hin. Anti-Material-Blaster. Oder Matter-Blaster. Anti-Matter-Blaster. Kinetische Waffe. 400 Reichweite. Changes. Ne Energie-Waffe. Hm, 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 hm. Sind das diese? Ja. Gut, dann behalten wir die. Das sieht nach einer besseren Waffe aus. Missiles. Komm, die behalten wir mal auch. Heavy-Auto-Kanon. Haben wir sowas schon? Glaub nicht. Assault-Gang-Gun. Ja. Kommen da auch bei. Die kommen auch noch da hin. Der Samba, der haben wir da bestimmt auch schon, ne? Da. Und Hurricane. Oh, das ist aber noch ein bisschen besser wie die andere schon, ne? Gut. Ich glaube, dann können wir Confirm drücken. Genau. Einen Chef haben wir hier. Wie viel brauchen wir denn überhaupt für eine Flotte? Oh, da haben wir schon zu wenig. Ah, da fehlen uns 14 Leute. Ich habe das jetzt hier entdeckt, dass man das hier auf einen schnellen Blick haben kann, ne? Und hier ist noch der Frachter. Den brauchen wir jetzt aber gerade nicht, glaube, oder? Wie fit brauchen wir nicht Cargo Crew war hier. Das ist gegessen. Sortieren wir mal. Das wollten wir alle verkaufen, ne? Ja. Okay. Dann sind wir hier durch. So, jetzt haben wir keine Repairer, äh, kein Dingens mehr dann. Lassen wir mal gerade gucken. Das sind dann nur noch die paar. Das ist mir zu wenig. Und ein paar mehr mitnehmen. Passt. Gut. Und dann können wir da eigentlich schon Leave drücken. Gehen wir mal auf eine Karte. Da unten fliegt was Größeres rum. Dann sollten wir vielleicht mal da runter wieder. Ah, der ist schon weg. Aber die waren auch nicht so groß. Die würden bestimmt abhauen. Gehe ich von aus. Und wo sind sie? Einmal auf eine Karte. Na, die werden wohl nicht campen wollen. Aber diese nehmen wir. Ah, let's them go. Toll. Die vielleicht. Pirate Plunder Fleet. Das lesen wir doch immer, ne? Und weg ist er schon, der Pirate Plunder Fleet, ne? Let's them go. Na, die doppelklicken, das ist auch doof, ne? Wie bleiben wir hier? Ist doch auch nichts für uns. Vielleicht kommen da ja noch irgendwelche so von so einem dicken Planeten hier oder so. Und der Gasgigant. Gibt's günstig Treibstoff, ne? Für ein Gasauto. Hm. Sieht gerade nicht so aus, als ob hier irgendwas ist, was uns interessieren könnte. Da ist auch nix. Kommen wir irgendwo noch her? Auch nicht. Also wenn wir hier rumfliegen, startet keiner, ne? Sind wir einfach wieder zu stark, oder was? Können wir mal probieren, aber das geht sowieso nicht. Nix auf der Karte los. Da. Let them go, alles klar. Lief. Ja, da sieht das so aus, als ob wir irgendwie keine Chance haben. Vielleicht sollte ich da mal drauf fliegen. Vielleicht sind wir da dann in so einem richtigen Bienennest. Oder so. Die wollen auch nicht. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fliegen mal wieder unsere Station an. Wo ist die? Ah, ist gerade auch besonders weit weg. Oh, da. Links. Da geht's noch richtig schön. Dann müssen wir doch da mal hin. Und weh, er wollte nicht kämpfen. Wie, das ist das jetzt? Oh, da sind aber auch ein paar dicke bei, ne? Kriegen wir die denn? Burn Level 3. Und wir sind 4. Müssen wir eigentlich aufholen. Und bitte vor der Landung. Ja. Gut. Das ist doch schon mal was. Continue. Alle bei. Los geht's. Müssen wir da irgendwelche Wings machen? Oder wir können irgendwelche Wings machen, ne? Ja, komm, dann. Der kriegt dann den als Wings. Und der Rest fliegt alleine. Los geht's. Raus zoomen. Oh, wie schnell den Nebel umfliegen. Ah, toll. Jetzt haben wir voll die Beule im Kotflügel, weil hier so ein toller, schicker Ding ins davor geknallt ist. Super. Komm, da oben müssen jetzt ein paar Gegner kommen, oder? Haben die rücklinks den Rückweg angezogen, oder was? Da oben geht's los. Okay, dann wollen wir mal. Der dahinter, der ist schon mal der Wichtige. In den Rücken der Abwehr, oder wie war das? Oh. Aber nicht in unsere Motoren rein, das ist nicht gut. Ja, komm, wir lenken den ab. Und ihr macht ihn kaputt, okay? Ja, kann's nicht schnell genug drehen, ne? Komm's nicht nach, ne? Ey, was ist denn jetzt los hier? Ich muss schon, ich muss schon wenden. Hä, da sollten wir vielleicht nicht direkt ins Mündungsfeuer fliegen. Ich glaub, das ist nicht ganz so gut. Schnell rum, 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 rum. Ja, jetzt sieht das ganz gut aus, eigentlich. Außer, dass wir jetzt gerade wieder mal wenden müssen, ne? Ja, jetzt haben wir gerade eine passende Stelle erwischt, glaube ich. Okay, wenden. Kriegen wir das noch hin? Auf ein neues. Oh, direkte Schussbahn auf uns, das ist nicht gut. Aber okay, wir machen natürlich den Weg für hinten frei. Das haben wir ja geschafft, ne? Das war ja gar nicht mal so schlecht. Vielleicht können wir mit einer Wasserspritze das Ding löschen. Dann können wir es gleich noch mitnehmen. So, wo ist noch wer? Da links ist ja irgendwo noch wer. Mal gerade vorbeigeflogen, schaffen wir das? Ja, da ist noch so ein Stück Schrott, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar unser. Schade drum. Na, 7000 Meter da. Und dann durch so eine Wolke, da bist du noch besonders langsam, ne? Na, das war wohl nichts. Ja, da ist er weg und das war es dann wohl, oder? Hm, schade. Okay. Der war in Reserve. Und die beiden sind weg. Das war hier so ein Wing-Träger, ne? So ein... Nehmen wir das alle mit. Die lassen wir gehen. Continue. Den können wir organisen. Gut. Ich glaube, das Schiff ist auch wirklich noch am besten. 65 Prozent. Das hat nur 45. Ja, müssen wir dieses auch nehmen. Unsers also. Dann stecken wir da noch ein paar andere mit drauf. Harddock. Ja, ich kann es nicht daraus erkennen, ob wir das gekriegt haben, nicht. Ah, ich glaube, das haben wir gekriegt, wenn ich das hier jetzt so richtig verstehe. Gut, das werden wir hier gleich sehen. Continue. Fleet. Ne, haben wir doch nicht gekriegt. Das ist ja wieder super. Fehlen uns mal wieder so gerade 40 Leute. Okay. Schade drum. Einmal auf der Karte. Und dann müssen wir hier zur anderen Station fliegen. Aber wir sind schon ganz drin. Ich sehe die nicht. Ah, ich habe es aber getroffen. Gut, raus da und hin da. Weil da bringt es ja jetzt nichts zu bleiben. Wir brauchen erstmal Personal auf unserer Station. Haben wir das auch nicht. Gut, dann fliegen wir da mal schnell hin. Ne, das ist 78 Logistics. Okay, die steigen. Das wird immer besser. Repairs werden auch besser. 82% besser geht es wohl nicht. Wahrscheinlich, wenn wir Ballast abgeworfen haben, also Supplies verbraucht haben, dann wird das vielleicht nochmal besser. Gut, dann sind wir aber auch schon an der Station. Gut. Repairs können wir machen. Ist ja kein Ding. Und dann können wir hier gleich was verkaufen. Die behalten wir. Die tun wir weg. Die ist ganz nett. Leid Auto kennen. Der war auch ganz nett. Flecken. Ne, die tun wir weg. Der, die behalten wir. Oh, die ist ja richtig gut. Die gefällt mir. Da gibt es 100 Schüsse, sozusagen. Das Heilborn Cannon. Okay, die ist auch nicht schlecht. Supplies. Haben wir 958. Tun wir mal so 2-300 weg. Fuel. Kann man auch noch ein bisschen verkaufen. So 100. Das brauchen wir alles. Ist klar. Ach so, hier haben wir noch das, was wir, glaube ich, verkaufen wollten. Ja. Ah, das ist gut, dass ich das immer sortiere. Ja, das war alles weg. Dann machen wir hier wieder ein Sortieren rein. Weil die neuen Waffen stehen dann unten. Aus dem letzten Kampf, sozusagen. Also, wir brauchen noch ein paar Leute. 40 fehlten. Wenn wir die nehmen, sind wir gut dabei. Und Supplies sind gut. Fuel nehmen wir dann auch so viel mit. Dann passt das schon. So, 876 von 820 nötigen. Prima. Gut. Was ist hier? Was passiert? Nein. Das ist unser Fleet. Okay. Gut. Dann war es das erstmal. Ja, warum müssen wir jetzt wieder reparieren? Ich verstehe das immer nicht. Kaufen wir da kaputte Waffen oder sowas? Ich weiß nicht. Gut. Okay. Dann soll es aber für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.